Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Im Moment ist es überall trocken bei uns. Die Luft ist auch relativ trocken. Im Norden gibt es zwar etwas feuchtere Luft, dort entwickeln sich halt auch immer wieder dichtere Wolkenfelder. Aber an sich ruhiges Sommerwetter. Hängt zusammen mit einem Hochdruckgebiet, das jetzt aber am Wochenende Platz machen wird für ein Tief, das aus Westen kommt, das schwülwarm und auch deutlich feuchtere Luft bringen wird. Und das heißt auch wieder Schauer und Gewitter, zum Teil auch wieder sehr kräftig. Wo genau, da gucken wir jetzt gleich mal drauf. Man sieht auf dem Niederschlags- und Wolken-Vorschaufilm, es kommt von Westen her eben dieses Tief, das dann schon am Samstag Regen bringen wird im Laufe des Nachmittags. Auch ganz im Westen, also Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, runter bis nach Baden-Württemberg, Schauer und Gewitter. Zum Teil auch mit Starkregen, mit Hagel und Sturmböen, vor allem am Nachmittag und Abend in Baden-Württemberg, also von den Bergen her Richtung zum Beispiel Alp, Allgäu, aber auch Schwarzwald und aus den Alpen heraus. Da höchstwahrscheinlich, so wie es im Moment aussieht, die kräftigsten Schauer und Gewitter, auch rund um den Bodensee. Aber überall, gerade in den Regionen, die letzte Woche vom Hochwasser betroffen waren, braucht es natürlich im Moment alles nur keinen neuen Regen. Den wird es aber vor allen Dingen im Westen wahrscheinlich geben. Wo genau? Das kann man höchstwahrscheinlich auch erst genauer am Samstag sagen, wenn man genau sieht, wo die Gewitter langziehen. Jetzt in der Nacht ist es trocken, oft locker bewölkt oder sternenklar. Im Norden gibt es ein paar dichtere Wolken. Da, wo es aufklart, Temperaturen zum Teil nur im einstelligen Bereich, sonst morgen früh meist zwischen 12 und 16 Grad. Morgen Vormittag starten wir mit Sonne. Etwas kompakteren Wolken im Norden im Laufe des Nachmittags. Lockert es überall mal auf, wird dann überwiegend sonnig sein. Und die Temperaturen steigen dazu auf Werte von 18 bis 20 Grad mit Seewind. Sonst in der Nordhälfte bis zu 23, 24 Grad nach Süden hin, 26 bis 32 Grad am Oberrhein. Der Wind dazu kommt meist schwach und das aus nördlichen beziehungsweise im Südosten aus unterschiedlichen Richtungen. Samstag dann Schauer und Gewitter im Südwesten, zum Teil sehr kräftig. Am Sonntag zieht das Ganze weiter nach Norden und Nordosten. Auch da wieder heftige Gewitter möglich.